Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die nach dem Sex nicht nach Fisch riechen. Christian und Sascha. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo, 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 hier ist wieder Schoki-Banoki. Ich mag das total gerne. Ich übe das zu Hause immer. Du meinst die roten Pegel, die du da siehst, wenn die oben anschlagen, ist es zu laut. Hallo, ja, schlägt ab. Ich mag das ja, ich übe das extra zu Hause, damit ihr eure Gehirn... Zum Glück habe ich eh schon Tinnitus, Alter. ...eure Gehirnbahn mal richtig durchgepustet bekommt. Was willst du? Wir spielen ein Buzzer-Spiel. Und nochmal deinen Buzzer, Christian. Damit der irgendwann mal aufhört, der Tobi. Tobi ist da von den Morning Pines, der Bassist. Und wir spielen Buchstaben zählen. Ach du Scheiße. Ey, ich dachte, hier wäre jetzt so eine stumpfe Sendung. Ich wusste gar nicht, dass ihr da so intellektuell angehaucht seid. Bildungsbürgertum. Bildungsradio. Hör dir erst mal die Worte an, bevor du über uns gut urteilst. Tür 3. Das ist ganz einfach. Und 3. Ei. Also, Buchstaben zählen. Wir haben 9 Worte. 9. Achso. Ja, 9 Worte. Okay. Und Best of... Nein. Nee, geht nicht bei 9. Wieso nicht? Du musst du unkrat... Nee, Best of 9. Best of 9? Was gibt's überhaupt? Es gibt Best of 5? Nein, er sagt 9, Best of 5. Okay, gut. Best of 5. Also, wer 5 richtig hat, hat er gewonnen. Richtig hat gewonnen, ja. Ist aber nicht Best of 5. Nee. Nee. Ist einfach nur... Also, 5 gewinnt. 5 gewinnt. 5 gewinnt. Also. Das erste Wort ist Wurstsalat. Wer das falsch sagt, übrigens, hat einen anderen Punkt. 10. Christian, 10. 1 zu Christian. Ja! Nächstes Wort. Horrorland. Ja, das war's gut, Tobi. Äh, 11. Falsch, 10. Nein, ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. Ich dachte, er nimmt nicht schon wieder 10. 2 zu Christian. Ach, ja. Drittes Wort. Reiskorn. 10. 8. Scheiße! Ich dachte, er wäre eine Systematik. Alter, ich bin mir mit dem Kampersack geprudert. Ich dachte, echt, so dumm ist er nicht, dass er zweimal hintereinander 10 nimmt. Ich hab jetzt 10 gezählt und dachte, aber komm, du sagst jetzt sicher, sei bei 11. Okay. Also, 2-1. Also, 2-1 zu mich. Das war schon ein Paradox, er dachte. Okay, los geht's. So, viertes Wort. Pfeffermühle. 10. 12. 3-1 zu mich. Tobi, wenn wir... Was, 12 sind's? Ja, Pfeffermühle. Ich hab' Kreuzang gesagt. So ist auch ganz gut, okay. Hast du UE wahrscheinlich gedacht, ne? Ja, ich bin ja international. Ja, ja, genau. So, fünftes, 3 zu 1 für Christian. Ja. Fünftes Wort. Rotznase. Acht. Tobi, also wirklich, stimmt. So, jetzt. 4-1. 4-1. 1 brauchen wir noch, dann haben wir es endlich geklafen. Ja. Handy-Batterie. Meinst du's? Christian? 13. Ja, okay. Ja, das war's. Ich hatte noch Moderationskarte, Tacker-Klammer und Druckerpatrone. Also ich behaupte, mein Buzzer ging nicht. Also, ja, genau, ja. Also Christian hat hier The Morning Pints schön abgebügelt. Aber war ja auch nicht schwer. Aber wer es sehen will auf YouTube, ich hab da mal sowas gesungen oder... Nee, du hast was gesungen damals, ne? Kannst du dich dran erinnern? Was? Ich hab gesungen. Mit dem Ü-Ei im Mund? Ach, richtig. Da gab's ne Klatsche von Schoki-Banuki, aber vom Feinsten. Alt-Kameldo. Ja. Das Video gibt's gar nicht mehr. Das hat YouTube aus dem Programm genommen. Ja, genau. Jetzt denken wir drüber nach. Ja. Das war Schoki-Banuki heute mit Tobi von den Morning Pints, mit Christian im Studio und mit meiner einer. Ich sag, cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Mal. Ich freu mich drauf. Vielleicht ist der Tobi auch dabei. Ja, ja, ist ja gut. Vielleicht. Sag nochmal Gude. Gude. Nee, Gude. Ja. Bis dann. Hat noch einer Flachwitz? Oh, Tobi, wir wollten schon längst raus hier. Ja. Sag jetzt mal nix mehr. Warte! Wir kommen hier nicht raus. Wir haben noch... Ich guck mal auf die Uhr. Nee, okay. Sascha, okay. Nee, jetzt machen wir wirklich Schluss. Wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Nee, jetzt machen wir wirklich Schluss. Alles reicht. Mit den intellektuellen Spielen. Genau. Das reicht jetzt hier. Wir buzzern nochmal. Was darfst du nochmal buzzern? Siehst du, eigentlich hab ich... Eigentlich war das mein, aber so. Cheerio, Miss Sophie. Gude. Das war Schoki-Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat. Bis zum einen. Bis zum nächsten Mal.